Ja, herzlich willkommen hier heute wieder bei TalkDot. Wir freuen uns wahnsinnig. Wir waren hier gerade beim sackstarken Videodrehen. Es war arschkalt. Wir waren total splitterfasernackt. Aber... Mir tut noch alles weh. Ja, mal sehen. Wahrscheinlich sind wir krank, wenn wir das nächste Mal bei TalkDot sind. Aber sonst spielen wir da auch nackt.